Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Mir wurde zugetragen, dass sowieso schon alle Partien aus der US-Meisterschaft zeigen und ich doch lieber schauen soll, was der deutsche Nachwuchs so treibt, also werden wir das tun. Heute hat nämlich ein runden Turnier in Weißenhaus angefangen, was von der Weißenhaus Schachakademie ausgerichtet wird. Dabei sollen die deutschen Nachwuchsspieler GM und EM-Normen erzielen können. Mit dabei aus dem deutschen Kader sind Hussein Bezu, Christian Glöckler, Leonardo Costa und Marius Deuer. Wir wollen heute eine Partie von Marius anschauen, aber erstmal wollte ich noch kurz sagen, dass ich das wirklich ein super Projekt finde, denn sehr häufig sehe ich, dass Sponsoren viel Geld in die Hand nehmen am Ende, um vor allem ausländische Profis zu bezahlen. Aber ja, hier wird der deutsche Nachwuchs gefördert und das ist natürlich etwas, was getan werden muss, wenn man die deutsche Mannschaft oder auch die deutschen Spieler langfristig stärker machen möchte. Da kann man nicht nur die Ausländer bezahlen und dementsprechend solche Turniere sollte es mehr geben und ich hoffe auch, dass es natürlich etwas langfristiges wird. Also ja, schon mal danke dafür an Herrn Büttner, ich bin sicher, das hilft den Spielern hier sehr. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Marius Deuer spielte heute mit Schwarz gegen Situraman, ein starker indischer Großmeister und er spielte Karokhan. D4, D5 und Weiß spielt E5, die Vorsturzvariante, das ist ja wirklich die Variante, die mit Abstand am meisten gespielt wird. Und Marius spielt hier Läufer F5, Springer C3. Das ist eine recht scharfe Variante, im Prinzip macht Weiß einen kleinen Abwartezug, Schwarz spielt E6 und jetzt möchte Weiß mit G4 weiterspielen. Okay, der Läufer hat nicht allzu viele Felder und geht nach G6 und jetzt geht der Springer nach E2. Hier hält Weiß sich die Option offen, den Springer nach F4 zu stellen. Und Schwarz spielt C5, er greift sofort das Zentrum an, denn natürlich möchte man Weiß nicht einfach so das Zentrum überlasten, beziehungsweise ja einfach warten und schauen, dass der Läufer hier nicht begraben wird. Aber Weiß spielt H4, also es geht sehr scharf weiter. Es droht H5, das kann Schwarz auf Dauer nicht zulassen, deswegen spielt er selbst H5. Und Springer F4. Jetzt droht Weiß auf D6 zu nehmen und das ist natürlich sehr unangenehm, weil es nicht nur die schwarze Struktur verschlechtert, sondern es würde auch den König enorm schwächen. Deshalb spielt Marius Läufer H7, Springer schlägt H5 und C schlägt D4. Und hier hat Cetoramat tatsächlich eine Neuerung ausgepackt. Bisher wurde hier nur Springer B5 gespielt. Der Springer kann eventuell nach D6, natürlich geht er auch aus dem Angriff und der bereitet vor, vielleicht auch D4 zurückzunehmen. Und hier spielt Schwarz meistens Springer C6. Aber Cetoramat spielt Läufer G5. Also erstmal wird die schwarze Dame angegriffen. Und jetzt ist die Frage, wie soll man spielen? Läufer E7 zum Beispiel ist natürlich nicht so erstrebenswert, weil das die Deckung des G7 aufgibt, was auf Dauer schon ein Problem darstellt. Außerdem möchte man den Läufer nicht so gerne tauschen, weil wenn der weiße Springer dann auf D6 landet, kann man den nicht mehr loswerben. Deshalb ist es logisch, die Dame zu ziehen und Dame B6 ist auch das logischste Feld. Marius hat hier schon eine Weile nachgedacht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er die Stellung bis C schlägt D4 schon kannte und sich vor allem an seine Varianten erinnern musste. Aber Läufer G5 kannte er wahrscheinlich nicht mehr. Jetzt folgt der Springer B5 und Springer C6. Schwarz entwickelt sich und hält erstmal an diesem Bauern auf D4 fest, weil, naja, das ist ein Mehrbauer und weiß, muss ja irgendwann die Zeit aufwenden, um den zurückzubekommen. Jetzt folgt der Turm H3. Und das ist eine sehr interessante Stellung, denn hier ist es gar nicht so einfach, etwas Gutes für Schwarz vorzuschlagen. Also auf den ersten Blick denkt man natürlich, naja, vielleicht kann man auch E5 nehmen, aber das ist natürlich, wenn man so schlecht entwickelt ist, sehr gefährlich. Und nach Läufer F4 kann man den Springer zum Beispiel nicht mehr wegziehen, weil dann Springer C7 mit Gabel folgen würde. Und ja, wenn F6 kommt, dann könnte weiß auch D4 nehmen. Jetzt ist der E6 geschwächt worden. Und hier hat weiß sehr, sehr gutes Spiel. Der Turm kann auch über die dritte Reihe aktiv werden. Das ist einfach nicht gut für Schwarz. Eine andere Alternative wäre Läufer B4. Das sieht ganz logisch aus, den Läufer mit Tempo zu entwickeln. Weiß würde wahrscheinlich C3 spielen und den Bauern einfach opfern, denn nach Läufer C5 könnte man Dame E2 folgen lassen. Der Turm kann nach F3, vielleicht der nächste Turm nach B1 und die Stellung sieht schon sehr deutlich danach aus, als wenn Weiß hier Kompensation hat. Marius hat eine sehr interessante andere Alternative gefunden, und zwar D3. Die Idee ist es, die Deckung des Springers zu unterbrechen und so etwas Zeit zu gewinnen. Denn Weiß muss mit dem Läufer nehmen und jetzt können sich die Läufer tauschen. Das hilft Schwarz einfach, weil Schwarz schlechter entwickelt ist und dabei natürlich Figurenabtäusche etwas helfen, um die Stellung zu erleichtern. Jetzt hat er auf E5 genommen. Das ist ein weiterer Vorteil von D3, denn die Dame ist jetzt angegriffen und dementsprechend gewinnt das ein Tempo. Und hier hat der Turamann eine schlechte Entscheidung getroffen. Die Frage ist, wo soll die Dame hingehen? Er hat sie nach C3 gestellt und ich werde euch noch erklären, was ich denke, was er übersehen hat. Tatsächlich sollte sie nach E2 gehen. Und hier ist die Stellung schon unangenehm für Schwarz, denn Weiß hat zum Beispiel die Option, mit Turm B3 zu spielen. Natürlich hat Weiß auch die Option, langzurochieren. Und man muss einfach sagen, also Schwarz hat, also Schwarz ist einfach schlecht entwickelt und hat jetzt auch keinen Bauern mehr mehr. Den hat man mit D3 zurückgegeben. Man könnte versuchen, den G4 wegzunehmen, einfach mit der Idee, dass jetzt eben auch der H5 fängt. Aber hier könnte Weiß einfach langbrochieren. Und zum Beispiel nach Springer schlägt F2, was auf den ersten Blick so aussieht, als wenn es was gewinnt, kommt Läufer E3 und am Ende geht der Springer verlor. Wenn man nicht Springer F2 spielen kann, ich weiß nicht, zum Beispiel Springer F6, da folgt einfach Turm C3, ist tot Springer C7. Und wenn Schwarz versucht, das mit Läufer C5 zu verhindern, hängt der G7 mit Schach. Das ist auch nicht optimal. Wahrscheinlich knallt es gleich auf E6. Deswegen, ja, Springer schlägt G4 ist nicht so gut und nach Springer C4 hat Weiß auch leichtes Spiel. Der Turm kommt nach B3 und zum Beispiel nach A6 und Springer A3 kann die Dame nach C6 und hier, man sollte sich einfach nur mal klar machen, Schwarz hat hier nichts mehr mehr. Und dementsprechend, das Weiß natürlich einfach viel besser entwickelt und steht auch besser. Aber Weiß spielt die Dame C3. Ihr seht schon, der ist nicht optimal. Er greift den Springer an. Und ich bin sicher, dass Weiß gesehen hat, dass sich die Springer hier tauschen und sich wahrscheinlich vor allem damit beschäftigt hat, was nach F6 passiert. Aber nach Dame schlägt E6 nimmt man eben den Bauern mit Schach. Danach kann man wahrscheinlich sogar den Läufer auf G5 einfach opfern und leimbrauchieren. Der schwarze König hat hier ein Riesenproblem. Aber hier kommt ein starker Zwischenzug von Schwarz und ich vermute, dass Weiß dann übersehen hat beziehungsweise vielleicht übersehen hat, wie stark der ist. Denn Manuels findet Dame B4 Schach. Was ist der Punkt? Naja, irgendwas muss man gegen den Weißen Angriff tun. Weiß spielt C3 und im Übrigen hat er hier eine Stunde nachgedacht mit Weiß. Das ist schon sehr lange und ganz ehrlich, kleiner praktischer Tipp für euch. Eine Stunde nachdenken ist eigentlich nie gut. Ich würde sagen, so nach einer halben Stunde findet man meistens nichts Neues mehr und die Zeit, die man dann reinsteckt, ist normalerweise nur, wenn man sich selbst verflucht, wenn einem irgendwie die Stellung nicht gefällt, aber man findet keine neuen Varianten. Und ich denke, das war hier auch so. Also nach C3, Dame B2 ist einfach nicht gut, weil vom D1 kommt und es hängt der G7 mit Schach, aber es folgt Damenschläge G4. Und ich vermute, dass das das ist, was Weiß ein bisschen unterschätzt hat. Denn nach Springer G7 muss Schwarz jetzt nicht schlagen, sondern kann König D7 spielen. Und plötzlich sieht man so ein bisschen, dass, okay, der König auf D7 steht nicht gut, aber wie genau spielt Weiß weiter, denn Schwarz möchte die Damen tauschen und wenn Schwarz darf, möchte man natürlich auch auf H3 nehmen. Und dazu droht auch irgendwie Dame G1. Deshalb hat Weiß jetzt Turm G3 gespielt und nach Dame E4 nimmt, nimmt, lange auch H3 geht der König nach C6. Auf C6, das sieht vielleicht auf den ersten Blick etwas komisch aus, aber natürlich möchte man nicht hier in Läufer F4 Schach reinlaufen. Denn jetzt muss man wahrscheinlich trotzdem nach C6 und dann hat man ja nichts gekonnt. Deshalb geht er einfach sofort nach C6 und hier hat Weiß Läufer E3 gespielt. Das sieht auch ganz logisch aus, also der Springer wird verteidigt. Und hier hat Schwarz nicht den besten Zug gefunden, aber trotzdem einen sehr logischen Zug. Marius hat Springer H6 gespielt, besser wäre wahrscheinlich Läufer D6. Der Punkt ist, man möchte einfach den Turm angreifen, der Springer auf G7 steht so oder so schlecht. Vielleicht wird er nicht gefangen, aber er kommt da schlecht wieder raus. und Schwarz möchte einfach auf H4 nehmen, also zum Beispiel nach Turm H1 kann man auf H4 nehmen. Und wenn Turm G4 kommt, dann kann man Springer F6 spielen und der Turm hat auch kein Feld, um den H4 Bauern zu decken. Das wäre also sehr stark gewesen, aber Schwarz spielt Springer H6, auch das ist nicht unlogisch, der Springer möchte vielleicht mal nach F5 und hier folgt der Läufer D4. Das bereitet im Prinzip einen Abzug vor, also es droht jetzt eventuell, Springer schlägt E6. Deshalb folgt Turm H7. Und hier hat Weiß Turm E1 gespielt, auch der sieht ganz logisch aus, der Computer bevorzugt Turm G5, aber okay, das ist irgendwie ein komischer Zug, das ist nicht ganz klar, also der verhindert irgendwie Springer F5, aber ansonsten sieht er schon sehr langsam aus. Deswegen Turm E1, für mich logisch, greift einen Bauern an und es folgte Läufer D6. Der Turm hängt, der muss also ziehen und Turm G8. Jetzt ist der Springer gefesselt und jetzt muss man natürlich schauen, was macht man da, Weiß entfesselt den Springer mit Turm G1. Und jetzt nach B6 kommen wir in eine komische Situation, also ich sag mal, die Figuren am Königsflügel sehen schon sehr komisch aus von Schwarz, aber auch die Türme auf G1 und G2, die sehen zwar besser aus, aber am Ende sind sie auch an den Springer gebunden und der Springer hat kein vernünftiges Feld, um wegzuziehen. Weiß hat jetzt locker F6 gespielt, das deckt vielleicht schon mal den Bauern auf H4, es folgte König D7 und Turm D1. König C6, Turm G1, König D7. Und hier auch etwas, was mir schon sehr häufig aufgefallen ist, also tatsächlich, objektiv sollte Schwarz hier besser stehen oder zumindest die angenehmere Stellung haben. Und ich denke auch, dass der Toramann das durchaus klar war, aber er versucht weiter, die Passie zu gewinnen und spielt König C2. Das machen tatsächlich, also stärkere Spieler häufig so, aber gerade bei Großmeistern fällt das noch mehr auf, finde ich. Manuel spielt Springer F5. Und hier folgt der H5. Das war kein so guter Zug. Stattdessen sollte Weiß lieber die Stellung so beibehalten und Turm G4 spielen, um den H4 zu decken. Warum ist jetzt H5 nicht so gut? Das Problem ist, der Bauer auf H5 ist natürlich anfällig, weil er nicht mehr vom Läuper gedeckt werden kann. Und hier sollte Schwarz Turm H6 spielen. Beide haben hier natürlich nicht mehr viel Zeit und Marius hat den Zug auch nicht gefunden. Der Punkt ist im Prinzip einfach, den Bauern zu stoppen. Man greift den Läuper an und hier ist einfach schwer, was vorzuschlagen. Also nach Läufer G5 kann man auch G7 nehmen und nach Läufer H6 Turm G2 nimmt. Springer H6 hat Schwarz 2 Leichtfiguren für den Turm und das sollte in dieser Stellung sehr gut sein, weil der H5 nirgendwo hinläuft und deswegen steht hier keine Gefahr. Wenn man stattdessen auf F5 nimmt, dann tauscht man einfach den Turm und nimmt auf F5. Der H5 ist schwach und vor allem, er ist nicht nur schwach, er wird wahrscheinlich gleich fallen und das ist dann natürlich auch schlecht für Weiß, weil man hat dann einfach einen Bauern weniger. Ja, Marius hat aber Läufer F8 gespielt und hier, kleine Taktik für Weiß, wenn ihr wollt, versucht sie zu finden, haltet das Video an. Tatsächlich nicht so schwer, aber ja, kann man mal übersehen. Springer schlägt E6 und hier hat Schwarz sich nur einen einzigen Zug, um die Stellung ausgeglichen zu halten, den Marius aber gefunden hat. Er spielte Springer E3. F schlägt E3 und Turm G2. Turm G2 und König E6 und plötzlich hat sich eine Menge getauscht und die Stellung ist ausgeglichen und ja, der Läufer geht nach D4. Schwarz gewinnt jetzt den Bauern auf H5. Das Material ist gleich und die Bötti geht natürlich noch weiter. Es folgte B4 und A5. Also Schwarz versucht direkt, noch die Bauern zu tauschen. König B3, A schlägt B4, nimmt und B5. Weiß tauscht jetzt den nächsten Bauern ab, um einen Freibauern zu bilden, aber natürlich mit 2 gegen 2 Bauern passiert hier nicht mehr viel. Es folgte noch Läufer D6, B5 und König D5. König Aktivstellen, auch immer eine gute Idee. Läufer B6 und F5 vom D2 Schach König E6 und nach Läufer D4 bot Seturaman Remi an. Schwarz könnte hier wahrscheinlich als einfachstes F4 spielen und ja, man hat überhaupt kein Risiko. Beide Seiten haben kein Risiko, deswegen Remi auf jeden Fall ein faires Ergebnis. Ja, ich denke, das war ein guter Start für Marius ins Turnier mit Schwarz gegen so einen starken GM und natürlich auch nach einer Überraschung in der Eröffnung. Das Remi zu halten ist ein guter Anfang und bietet gute Aussichten für das weitere Turnier. Wenn ich richtig informiert bin, dann werden ab morgen jeden Tag zwei Partien gespielt. Vielleicht noch kurz die anderen Ergebnisse. Leonardo Costa konnte heute gegen Benedikt Krause mit Schwarz gewinnen und Hussein Besou konnte das ja gut U14 U12 U14 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 Duell gegen Christian Glöckler gewinnen. Also ja, für Costa und Besou war das ein perfekter Turnierstart aber am Ende stehen natürlich noch acht Runden an da kann super viel passieren. Lasst mich gerne wissen ob ihr die Partie interessant fandet und natürlich ob ihr gerne wollt, dass ich das Turnier weiter verfolge. Also ich finde es super spannend und deswegen würde ich das gerne tun. Also ja, lasst mir einen Kommentar da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.